Selber ein Auto zu fahren, das ist ein unglaublich gutes Gefühl. Wir von der Fahrschule Lenzburg unterstützen zukünftige Fahrzeuglenker auf ihrem Weg zum Führerschein. Im Nothelfenkurs lernen Sie, wie man wiederbelebende Sofortmassnahmen sicher anwendet. Dann wird die Theorie gelernt. In unserem Unterrichtsraum an der Augustin-Keller-Strasse 32, das Fuss nur gerade 2 Minuten vom Bahnhof Lenzburg entfernt, vermittelt wir Ihnen das ganze nötige Wissen, damit Sie sich sicher auf der Strasse bewegen können. Auf unserem Computer kann eine Theorieprüfung simuliert werden. So verlieren Sie die Angst vor der wirklichen Prüfung. Der Verkehrsunterricht wird von unseren Fahrlehrern mit der modernsten Lehrmethode durchgeführt. Die Fahrschule Lenzburg bietet Ihnen Grundkurs und praktische Fahrstunden für Roller und Töfe an. Die Autopraxistunde können Sie je nach Wunsch mit einem Automat oder einem geschaltenen Wagen absolvieren. Wenn Sie möchten, können wir Ihnen auch die Theorie und die Praxis für die Anhängerprüfung oder für den Taxiausweis vermitteln. Dank einer Schülerkarte, die wir für jeden Fahrschüler anlegen, wissen unsere Fahrlehrer, Erich und Adrian, immer genau, wie der Ausbildungsstand eines Fahrschülers ist. So können wir uns individuell am Lerntempo von jedem Einzelnen anpassen. Also bis bald! 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 Also bis bald!